Freunde, nach wie vor leide ich auch unter meinem Haarausfall. Der Schmerz ist immer noch da. Aber trotzdem mache ich nicht aus der Verzweiflung eine Haartransplantation, denn ich weiß, bei mir würde eine Haartransplantation nicht funktionieren. Denn die Graftanzahl, die ich habe, würde nicht ausreichen, um meinen gesamten Oberkopf voll mit Haaren zu bekommen. Das heißt, ich müsste damit okay sein, dass nach zwei bis drei Haartransplantationen meine Tonsur immer noch Licht ist. Für mich ist das aber nicht in Ordnung und daher entscheide ich mich gegen eine Haartransplantation. Ob das für immer so bleiben wird, ist erstmal ein ganz anderes Thema. Jetzt im Moment ist meine Einstellung zumindest entweder alles oder nichts. Aber es kann sein, dass ich in zehn Jahren vielleicht sage, ja, für mich ist es in Ordnung, wenn ich in der Tonsur etwas Lichtes Haar habe. Naja, dieses Konzept nennt man Erwartungshaltung, Freunde. Es ist wichtig, dass man die richtige Erwartungshaltung hat, damit man mit seiner Haartransplantation Zufriedenheit erreichen kann. Und häufig geht man mit der falschen Erwartungshaltung in die Haartransplantation rein und ist hinterher unglücklich, obwohl die Haartransplantation gelungen ist. Aber das, was unserem heutigen Kandidaten heute passiert ist, Freunde, das ist jenseits von gut und böse. Hey, Servus, hab vor acht Monaten eine Haartransplantation gemacht und wollte mal deine Meinung hören. Und Freunde, hier sehen wir auch schon sein erstes Foto. Aber bevor wir weitermachen, denkt dran, einmal das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, denn damit würdet ihr mich wirklich unterstützen, Freunde. So, und zurück zu seinem Ergebnis. Na gut, das ist ein Zustand direkt nach der Haartransplantation. Und was hier gleich ins Auge fällt, ist, dass relativ undicht und relativ wenig bepflanzt wurde. Und hier auf dem nächsten Bild wird das Ganze auch nochmal deutlich. Und das Ausmaß des meiner Meinung nach Fusches wird hier nochmal deutlicher. Denn wir haben hier ganz klar eine Full-Head-Hair-Transplantation. Das wurde auf dem gesamten Kopf transplantiert. Und das wird in der Regel gemacht, wenn man es mit einem Norwood 6, 7 zu tun hat, der alles in einer Haartransplantation haben möchte. Wenig sinnvoll, macht überhaupt keinen Sinn, sollte eigentlich nicht gemacht werden, aber wird regelmäßig gemacht. Im Großen und Ganzen ist hier schon eigentlich für jeden Laien absehbar, dass daraus nicht irgendwas Positives resultieren kann. Naja, und jenseits von Gut und Böses hier noch untertrieben, Freunde. Wie konnte das passieren? Wie konnte er eine Haartransplantation bekommen, eine sogenannte Full-Head-Hair-Transplantation, aber so undicht die Grafts eingesetzt bekommen? Da muss ja jeder Laie wissen, dass das hinterher gar nicht dicht werden kann. Wieso wurde die Haartransplantation trotzdem durchgeführt? Naja, ganz einfach, Freunde. Das ist wieder mal so ein Punkt, wo sich der geldgeile Unternehmer auf den frustrierten Kunden trifft und was dabei rauskommt, ist so etwas. Deswegen, Freunde, drehe ich unermüdlich Aufklärungsvideos wie dieses, damit ihr sensibilisiert seid dafür. Ich möchte niemanden von der Haartransplantation abhalten. Die Haartransplantation ist eine tolle Lösung, wenn nicht sogar die beste Lösung für den Haarausfall, solange man dafür geeignet ist. Man muss aber auch dafür sensibilisiert sein, dass es zu Situationen auf dem Markt kommen kann, in denen sowas bei rauskommt. Totaler Fusch. Mehr kann man dazu nicht sagen. Daher möchte ich mit diesem Video erreichen, Freunde, dass ihr selbst Verantwortung übernehmt. Dass ihr selbst die Kontrolle über das Ganze übernehmt. Das bedeutet jetzt nicht, dass ihr die Haartransplantation selber machen sollt. Das könnt ihr gar nicht. Aber recherchiert vorher richtig. Seid euch darüber bewusst, dass die Leute, mit denen ihr am Telefon spricht, keine medizinischen Berater sind, sondern einfach nur Verkäufer sind. Verschafft ihr einen guten Überblick darüber, welche Klinik wirklich etwas kann und welche Klinik nur leere Versprechungen von sich gibt. Damit ihr nicht das Gleiche passiert wie unserem Kandidaten heute. Hier ist nämlich sein 8 Monate Post-OP-Ergebnis. Und hier nochmal das letzte Foto von ihm. 8 Monate Post-OP, Freunde. Man kann hier ziemlich gut erkennen, dass hier Haare eingepflanzt wurden. Aber was man auch gleichzeitig sehr gut erkennen kann, ist, dass man hier überhaupt nicht von einer Dichte oder von einem Ergebnis sprechen kann. Also das ist für mich einfach der offensichtlichste Fusch überhaupt. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass die Haare vorher nicht angewachsen sind, sondern man kann von Anfang an sehen, dass da einfach viel zu wenig Haare transplantiert wurden. Ja, es ist einfach nur traurig. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hätte man das vermeiden können? Zu 99 Prozent ja. Weil das muss eine Klinik gewesen sein, die wirklich... die gar nichts kann. Also ich weiß nicht, warum man so eine Haartransplantation macht. Das einzige Szenario, das ich mir vorstellen kann, ist... Nein, es gibt kein Szenario. Also es gibt keinen Grund, so eine Haartransplantation durchzuführen. Es macht wirklich vorne und hinten keinen Sinn. Also Freunde, ich kann es nicht häufig genug wiederholen. Informiert euch erstmal, wo ihr die Haartransplantation macht. Schaut nach Ergebnissen. Schaut, ob ihr jemanden kennt, der vielleicht da war. Schaut, ob es Negativberichte gibt. Informiert euch einfach vorher ausführlich. und schaut nicht einfach, oh, da ist ein Kollege, der hat mir das empfohlen. Ich kann da hingehen. Also es ist... Also wenn... Es ist bitter. Also es ist bitter. Es ist schwer für mich, wenn ich das sehe, nicht wirklich emotional zu werden. Keine Ahnung. Schreibt mir mal eure Meinung bitte dazu in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal, Freunde. Mir fällt dazu wirklich echt nichts mehr ein. Ciao.